Hallo und willkommen bei unserer Reihe zum Thema OpenTTD, in der wir ein wenig Einführungshilfe geben wollen. Und zwar beschäftigen wir uns hier mit den Kreuzungen. In diesem Fall hier haben wir eine Kreuzung bei zwei Nebenlinien. Das ist ganz wichtig, weil das, was wir hier machen wollen, ist im Prinzip nur für Nebenlinien gedacht, wo ihr relativ wenig Zugverkehr habt. Denn wenn ihr hier bei dieser Kreuzung, die ich jetzt vorstellen werde, die ich jetzt bauen werde, viel Verkehr habt, dann werdet ihr früher oder später dort einen Stau kriegen, den ihr nur schwerlich wieder beseitigen könnt. So, fangen wir einfach einmal an. Wir nehmen jetzt ein wenig weg von dem, was wir hier bisher gebaut haben. Wir ziehen hier das raus und dieses muss raus. Brauchen wir nämlich nicht. So, im nächsten Schritt brauchen wir jetzt eine Brücke. Und zwar einmal hier rüber. Da können wir gucken. Der Stahlträgerbrücke mit 257 km pro Stunde ist zwar das teuerste, was wir jetzt aktuell bauen können, aber sie hat halt die höchste Geschwindigkeit, die sie bietet. Und das machen wir für beide Linien. So, im nächsten Schritt müssen wir hier die Signale wegnehmen. Die brauchen wir jetzt hier nämlich erstmal nicht. Wir bauen hier eine Gerade. Ah, da habe ich noch was vergessen. Ihr müsst auch weg. Hier. Dort. Da drüben. So. Und jetzt setzen wir hier an und ziehen das hier rüber. Einmal hier. Einmal dort. Damit wäre das erstmal so erledigt. Wir können jetzt die Signale wieder setzen, so wie wir sie brauchen. Natürlich jetzt etwas versetzt, da das sonst nicht ganz so gut funktioniert. So, und wir haben hier noch was offen und dort. So, unsere Züge sollen jetzt hier lang fahren dürfen. Hier lang fahren dürfen. Hier lang. Und hier lang. Das heißt, kommt ein Zug hier aus Richtung Westen angefahren und fährt Richtung Osten. Und er möchte nach Norden. Dann fährt er hier rein. Hier rüber. Macht hier einmal diesen Kreis und fährt hier hoch. Möchtet einen Zug von Norden nach Westen. Fährt er von Norden hier runter. Und macht nur einmal den. Das heißt, was wir hier gebaut haben, ist eine Art Kreislaufkehr. Ein Roundabout. Am besten setzen wir hier noch. Na, den setzen wir vielleicht besser nicht. Den lassen wir besser sein. Sonst würde nämlich hier einen Zug anhalten und uns vielleicht hier die Kreuzung blockieren. Das wollen wir nicht. Das heißt, Züge, die von Westen nach Osten fahren, können einmal komplett durchfahren. Züge, die von Norden nach Süden fahren, fahren einmal über die Brücke, beziehungsweise umgekehrt von Süden nach Norden über die Brücke hoch. Das gleiche von Osten nach Westen hier drunter durch. Nur wenn Sie halt die Richtung wechseln wollen in eine der anderen Himmelsrichtungen, außer Sie fahren geradeaus, dann müssen Sie im Prinzip den Roundabout nehmen. Das ist ein dispensel. Das ist ein dispensel. Vielen Dank.